Ah, hier, gucke. Das hier können wir direkt mal wegmachen. Einmal 100%. Hm, das ist korrekt, man. So, auf was spielen wir denn hier überhaupt? Oh, was hatte ich letztes Mal? Erstaunlich. So, auf ein normales Erlebnis. Stärker und aggressiver. Wollen wir spektakulär spielen? Hätte ich irgendwie spaßig an. Bisschen angespaßt. So, fertig. Machst du hier immer wieder Geräusche jetzt hier? Das ist lange, mein Jutzer. Oh, so steht sie. Oh, so steht sie. Teeer, die Cärkste Molkow. Oh, so steht sie. Untertitelung des ZDF, 2020 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 okay hey yuri einige deiner leute standen wohl auf der gehaltsliste von fisk die gute nachricht ist dass das willis letzte front war ich stehe direkt vor seinem büro mit vergnügen schreibst du deine memo an vergiss nicht den bindestrich zwischen spider und man macht den heli fertig ich komme gleich erstaunlich wie weit du gekommen bist aber deine torheiten enden jetzt du weißt schon dass ich dich immer noch sehe oder für mich war nicht nötig jetzt von vorne oder kann ich fand eben doch nicht jetzt auch ich bin tot geballert und wo sie da im ding stehen ich kann ich bin hier ich kann nur ist der range das ist meine chance jetzt wie kann das sein was ist los willi du scheinst wütend zu sein ich werde dich vernichten wie kann das sein was gibt dein bestes du bist wieder das ist meine schwarze ich habe nicht genug mehr schießer gehabt du stirbst genauso wie du gelebt hast hast du denn da jetzt ich werde es auch nicht einspielen wir sind das woche objekt sozusagen auch gekriegt da heißt es gleich so jetzt ein moment es ist gleich aber wir werden das macht mein best ist Was machst du denn da jetzt? Easy Gaming Gaming Ja Digga, genau so ne Kraft hat der Ding Ist wichtig Statt Das gleiche wollte ich zu dir sagen Ihr wisst was zu tun ist Umstellt ihn Oh, ich werde dich kurz anfaken oder dann kommt sowas Oh, ruhig gleich mal kurz Ey, du bleibst ja auch deine eigene Leute Ich will keine Ausreden hören Ach Digga, ich habe hier noch gerade gekommen Lass die doch mal Oh, lass die doch mal Muss ich ihn früher wahrscheinlich schon ne Oh, oh Digga Oh, ich bin ins Feuer Ich bin ins Feuer gelaufen Ach du Sche Oh, die auch noch nie Dann muss man sich nicht so scheiße wie Batman hier antun An alle Zugriff Ah ja Digga Telefoniert hier Gaming oder was Oh fuck Oh, ich bin ins Feuer gelaufen Ah ja Irgendwann ein Kick Außer sie Oh wow Das soll ich ehrlich gesagt nicht kommen sehen Jetzt reicht's Ich kann hier nicht kommen Aber das sind viel zu viele Gegner hier Du bist so weit gegangen, Junge Verdammt nicht gewinnen Ach Digga, dich will doch keiner treffen Ich weiß genau Feuer Oh, das hat Feuer mir wieder übelst Schaden gemacht Ey, ich komme nicht mehr aus Schadenbrachl Gehen wir noch Geil Oh Joch Ey, der rutscht auch über den Boden Pfff Direkt in Kinderrücken Ah, das ist easy Ich weiß ja, dass die Kleinen am besten vorher machen Was ich dachte halt, dass die immer respawnen Aber das kann ich nicht Ach Digga Hey Oh wow Warum konnte ich das doch schon Oh mein Gott Das ist so weit Oh mein Gott Kann ich mit FOW größer schalten oder Ich seh ihn nämlich nicht Du verlierst Willy Ich hab noch nicht mal angefangen Ah, also Ich versteh es langsam nicht mehr Also selbst wenn ich dodge Dodge das manchmal nicht ihn Sondern wen anders Und deswegen werde ich trotzdem von ihm einfach so Pfff weggeschlagen Was krank Auf den Boden mit ihm Äh, er holt irgendwas zum Werfen Er hat mich nicht getroffen Oh na War ich daneben Und ich hab da den Ach, da ist doch ne Kombo von ihm Okay Oh, oh geil Oh, oh mein Gott Sehr schnell Lass mal Oh, so viel hab ich grad nicht Mein Bester Geht doch mal Du hast nämlich ne Waffe Hölt mir nicht Festgenommen Alter Guck mal weg Oh, das hindert ihn doch dran Es gibt mir noch eine Free Combo Was nett Das ist alles cool Der soll weiter prügeln Eigentlich will ich noch ne Woche weg gucken Ob er sie nicht danach auskommt Oh, 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 oh Ach, man kann immer nur vier Okay, ich dachte man könnte es halt vielleicht erweitern Deswegen hab ich es probiert Oh, oh, oh Oh, oh Oh Bohnenwerf Gaming? Ich weiß Oh, oh Oh Gespitert Das ist Cinematic wie das, gell? Ich hätte das so geil Auch so Quack der Events Man spielt viel nicer Ich fresse Ey, mal lebe das auch, oder? Ach so, nur wegen Ja, war klar Sollten wir uns küssen? Ach Vielleicht später Ich bin mal gut so, was ich starten müssen Ich bin mal gut so, was ich starten müssen Endlich geht's nach Rikers, hm? Tja, ich glaube, du hast da drinnen mehr Feinde als ich Wenn du glaubst, dass das mehr als ein kleines Ärgernis ist Wupp, ich muss los Hey, viel Glück, Willy Ich hab das Gefühl, du wirst es brauchen Idiot! Ich habe in dieser Stadt für Ordnung gesorgt Ein Monat! In einem Monat willst du mich wieder zurück? Mhm Der Kingpin wandert hinter Gitter Das Ende einer Ära Der Kingpin Wir sollten das Feiern Vielleicht sollten wir den Vorlaub machen Dann wird er angerufen, oder? Wie immer Oh, naja Was war das? Aha, aha Muss ich jetzt erstmal gucken, was ich haben will Oh, ja Perfektes Ausweichen Schon mal nicer Netzgriff, das meinte ich auch Und Schwungtritt ist nicht so meins Aber irgendwie brauchen wir so oder so Aber dann lass doch jetzt erstmal ihn hier machen Perfekten Sonne, man Ja, ja, ja Ah, jetzt werde ich angerufen? Wollen sie nicht? Ich bin, ich bewege wahrscheinlich Aber ich sehe halt auch noch nichts, ne? Geh an die Arbeit Ich beeile mich Ich beeile mich Die Kommission wird bald hier sein Wir müssen einen Gerätetest durchführen Ich bin fast da Nur noch ein paar Blocks Ich glaube, ich mache es selbst Nein nicht Es ist gefährlich Oh Knappes Schwingening Mir gefällt Docs Enthusiasmus Aber manchmal bringt er sich in Schwierigkeiten Ich beeile mich, bevor er sich noch weh tut Oh 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 Jetzt kommt der Handy wieder hier Spenden, Mann Musik Oh Was auf dem Kopf gefallen werde oh mies mies geschwungen man hallo arbeiten im gaming sorry bin zu spät sie haben schon angefangen die direktorin der fachkommission wird bald hier sein schon gut parker ich habe das alles erdacht ich komme schon damit zurecht die energie dämpfer sollen wir abbrechen noch nicht ein weiterer rückschlag aber wir sind nah dran ist jemand verletzt nein das war alles meine schuld die energie level waren höher als erwartet in gewisser weise ist das eine sehr positive entwicklung es riecht aber nicht gerade positiv ich versichere ihnen die nächste phase lassen sie uns nicht überstürzen können wir das vielleicht irgendwo anders besprechen nehmen sie sich den rest des tages frei peter aber wir reden später das war eine katastrophe wie konnte der dämpfer ausfallen der dog hat gesagt ich soll mir den tag frei nehmen aber ich muss rausfinden was schief gelaufen ist das sieht übel aus mein freund mal sehen was dir fehlt ahja ähm ding ist ich glaube ich will erstmal offline weil ich will hier einiges ändern so wie es jetzt ist mit meinem bildschirm und so ist das kacke der ist eh kaputt ist anscheinend das heißt ich werde mal heute früh aufhören zu stream wird dann wahrscheinlich ein bisschen schneiden das habe ich nämlich auch länger nicht mehr gemacht ach das heißt ich werde hier gleich hier nach gleich aufhören ähm naja wow das ist nicht so schwer glaube ich so 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 komponent repariert okay so so er heute kann ich den kann ich einen drunter nehmen was mache ich das dann nicht das lange dass ich gerade so hat sehr schön und jetzt und jetzt die spannung neu ausgleichen ich erinnere also hier eine 2er und hier eine minus 1er hier noch eine 2er und dann können wir noch den hier machen aber sicher diese gaming mal sehen ob es geklappt hat so gut wie neu macht er kann sich viel mehr bewegen und ein bisschen schneller das perfekt hat octavius also ist schon schweine und so man sieht sie die höhe vom armen und denke so und steht dann hier so am tisch und das ist ja alleine nach ich bin doch hat neue materialien für prothesen getestet ja ja aber das sollte jetzt muss ja einiges machen und fixen noch dann nutze ich heute die zeit